Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikas aus draußen Das Geil ist der Stadt, der wir hier haben, der wir haben, der wir haben, der wir haben Ja, ich hoffe es funktioniert alles wie es soll Weil ihr kennt ja meine Probleme mit Raxio Die ich zur Zeit habe Wenn aber alles so läuft wie geplant, dann plan ich so wie es laufen wird Und würde sagen, dann spielen wir hier die Solo-Kampagne Und fortsetzen Was? Schlagspunkt zum Neon? Haben wir auch schon gemacht Ach, wahrscheinlich so wie das letzte Mal, dass wir einfach nur kurz zum Endscreen hinlaufen müssen Und dann fängt es halt, dann geht es halt weiter Aber sowas werden wir dann ja gleich herausfinden Findeln, herausfinden Findeln 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 keinen sinn so ein scheiß das müssen wir trotzdem noch mal machen aber wir gar keinen bock so ein fuck alter hat einer schon feuerwerk ausgepackt auf damit du sagt so dass er das noch wird vor sie okay okay mit nur hinrennen hat es nicht erledigt Das freut mich, dass du sowas gern siehst. Uh, Attacke auf Werter. Jetzt hab ich schon kaputt. So. Dann nutzen wir die jetzt mal ganz schnell weg diesmal wieder. What the fuck, Alter? Deine Mutter. Was ist denn hier noch alles, Alter? Piss dich jetzt. Wer pisst, hab ich gesagt. Du dumme Sau. Fuck, wir müssen da rauf. Erst kümmern wir uns um den Wert. Scheiße. Feuer konzentrieren. Wir haben Bug verloren. Zieh mich zurück. Wir haben Bug verloren. Erst sind wir Bug frei. Ha, ha. Scheiße. Entschuldigung. Das war... Also ich fand den gar nicht mehr so schlecht. So. Dein Urteil nahrt. Dein Urteil nahrt. Hier ist mein Spett, Alter. Fick dich! Fürchte meine Macht. Nein, ich hasse deine Macht. Wo haben wir denn das andere? Da haben wir es. Der Wärter ist das Ziel. Du bist der Bus. Dieser Waffen werden nicht dich fett. Das ist doch ziemlich. Ah, ha, 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 ha. Ah, schlau, was du... Ich habe sie besiegt. Was ist Genesis? Steven. Okay, wir haben es geschafft. Mir ist ein bisschen schneller als gedacht. So, nochmal. fünf minuten dieser folge verschwendet sehr geil wollen wir noch mal die action sequenz sehen? komm wir rufen nochmal die action sequenz an weißt du die mussten einen coolen special namen haben wie osiris weißt du wir haben einfach mal nur team blau weißt du das coole team braucht doch nur team blau hau sie verpassen ja den ganzen spaß hata Allah gemacht ist jetzt schon das zweite mal oh wir zählen also mit ja sie haben einen versuch wir sind bereit commander jetzt jetzt sind sie in den wächtern oder bring sie zur strecke heute löschen wir die allianz aus das machen wir mr krabs das machen wir mr krabs gar kein problem entführung in der luft springen sie in die luft und kappern sie ein banshee oder phantom und die kontrolle über ihn zu übernehmen machen wir einfach das bin ich echt nicht das sind geister im hintergrund ich habe angst so weiter geht's wo bin ich denn da gut also ich spiele noch weiter mit osiris ich will nicht nur osiris spielen osiris kann mich mal gewaltig armen ja keine ahnung mir fällt grad noch toll sein wir werden ausgeschissen wow hier verbaut ist jetzt magnet stiefel what the fuck okay okay ich weiß warum er magnet stiefel braucht sparten jameson lock sender auf allen unse frequenzen sierra 117 bitte da laufe ich gerade senkrecht nach unten ich bin spiderman oder batman hoi ich kann auch springen da sag ich kann auch springen wuuu das ist gut wu uu wieso draufgehen schneller wieso geht irgendwas kaputt was ist denn was ballert mich denn ab warum bewegt sie denn alles ich weiß was hier passiert okay bewegt sie alles aber warum bewegt sie alles sterbe ich dabei oder ich bin ein bisschen das passiert okay das ding geht zu irgendwie passiert gar nichts ich habe jetzt das Gefühl ne angepasst gar nichts wuuuuuuu wuuuuuuu krabler voraus weiter schießen und rennen ist schon irgendwie cool es ist weil sie wie die Tiers Anfüllen müssen wie sie einen mega sprung drauf haben wuuu wuuuuhuuu wuuuuhuuu sind wir schießen grad richtig gut oder die Dinger sind leicht zu töten wuuuuhuuu als ob er uns abschütteln wollte ich weiß nicht was bei mir passiert sind alle mit einem Schuss tot oder die gibt es dann Mühe was ist jetzt los ich seh nichts mehr ich seh nichts mehr geh nicht in das Licht hat es funktioniert sind wir hier richtig versuchen wir es nochmal Spartan Jameson Lock an Sierra 117 bitte kommen Sierra 117 Dr. Halsey schickt uns wir sind hier um ihnen zu helfen ist eine lange Geschichte Cortana aktiviert Blutsväter die jetzt wollen sie helfen ein Illuminat mein Name ist 031 Exuberant Witness Illuminatin der Gemesis Installation Willkommen ne cool die Aufgabe ein Galaxie weiter erzwungener Frieden Furcht vor dem Tode überwiegt jede Lust am Leben wenn sie nicht zu den anderen Menschen stoßen ist das auch ihre Zukunft die anderen Menschen gesehen oh ja Cortana hält sich schon eine Weile nicht weit von ihrem Tor fest ich kann sie hinführen die Stimme ist voll cool mein Name ist Alcubido ich habe es in den Trümmern der Abkunft von Wächter 3209 entdeckt was woher kommt jetzt ein aber egal einfach mitnehmen die Hyperraumbladen der Wächter bringen eine beträchtliche Menge Schrott von ihren Ursprungsplaneten mit sich jemand sollte denen verklickern dass der Krieg vorbei ist wenn sie denn unbedingt kämpfen wollen die Ketten stehen unter Beschuss pass doch den Ghost da drüben auf putz alter das ist natürlich geil die fahrern die schoppen sich selber die unbemannten Fahrzeuge Wächter wozu hat sie so viele gerufen ein einziger Wächter genügt um ein Sonnensystem zu überwachen was für eine Machtdemonstration sorry überwachen Machtdemonstration korrekt mit den Wächtern hielten die Blutsväter den Frieden in den niederen Systemen aufrecht mit so einem Wächter reiten ein Sonnensystem zu überwachen Alter wie viel hat die gerufen schon warum ruft sie so viele macht sie es freiwillig oder auf meiner Installation habe ich nie Kriegerdiener getroffen nur Erbauer und Lebensforscher wie überhaupt aufregend wie sie sehen zielen die Abwehrmaßnahmen von Genesis auf die Eindringlinge aber sicherweise werden sie auch sie als Eindringlinge betrachten das ist deine Installation kannst du uns nicht durchschleusen nein durch den Wärter und Cortana wurden mit den meisten Administratorrechte entzogen aber kann ich wirklich mit mir nicht die Kontrolle über einige Aspekte die Sachen also manchmal mit dem Panzer zu fahren Alter ich fahr vorwärts er fährt rückwärts der Wärter wird den Aufruhr bemerken machen sie schnell der Wärter wird den Aufruhr bemerken machen sie schnell die Ketten stehen unter Beschuss ok die greifen sie jetzt gegenseitig an oder was ich ziehe auf das Fahrzeug wie wärs damit wir schießen nicht nur das Vieh vom Ghost runter wir schießen das ganze Ghost gut oh fuck die Bassi oh hat sie uns erwischt teils die ist voll cool also ich mag die mehr als 343 geht die Spark hier ich ich weg und weg alles wo 습니다 weg 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 Vielen Dank.